Hallo Leute, Namaste. Willkommen in meiner Inshikyoshi. So viele Leute haben für ein Chutney Rezept gefragt und so heute mache ich mein Lieblingschutney und es ist Grun Chutney. Diese Chutney wird mit Koriander, Minz und Joghurt zubereitet. Das Rezept liegt schon auf meinem Blog und heute mache ich die gleiche Rezept. Es ist sehr einfach und passt sehr gut mit allen indischen Gerichten. So ich zeige Ihnen die Zutaten erst. Ein grüne Chili, Viertel Teelöffel Kreuzkimmel, etwas Salz, ein kleines Stück Ingwer, ein Knoblochzehe, zwei Esslöffel Zitronensaft, zwei Esslöffel Joghurt, halb Tasse Koriander, Viertel Tasse Minzblätter. So jetzt fangen wir mal an. Zuerst gebe ich die Minzblätter, Korianderblätter, alle Sacken, Zitronensaft hinzu und noch ein bisschen Wasser und dann fein pürieren. Dann püge ich Joghurt, gut mixen und wir sind fertig. Diese Chutney verbessert immer das Geschmack des Essen. Bitte probiere es mal und wie immer, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss! Jepa Kora!